Jo, Willkommen zurück zu Shadow of War. Ähm... Wir werden uns jetzt diesen Hohlkopf da schnappen. Aber erstmal müssen wir die zwei dort durchkommen lassen. Und die dort oben müssen... Na gut. Wir lassen die einfach mal kommen. Und schlitzen die weg. Oh, die kommen runter. Die haben nicht gesehen. Na na na. Die dürfen gucken nach der Leiche. Das ist aber fertig. Wo kommt der her? Ich töte diesen Narren, weil er uns verraten hat. Und ich fand es angesagt. Du... Ihr seid bald mit uns. Nein! Nein! Alter, what the fuck? Hat er nicht ernsthaft gemacht, alter. Ja! Ja, er zieht sich zurück, oder was? Komm her, du blöder Wichser! So, ein Pisser! Äh... Zurückziehen. Verstanden, Anführer! Was ist jetzt mit dem hier? Hä? Hörtest du mich noch, oder was? Ah, okay, cool! Danke! Du hast dir verdammt viel Zeit gelassen! Halt die Fresse, alter! Ja, kann das sich jetzt mal verpassen, bitte? Okay... Und was ist mit dem jetzt hier? Kann er sich jetzt mal verpassen, bitte? Ich finde den jetzt hier und markiere es. Du... Ich hatte ja überhaupt verschwächend, tödlich... Entflammbar... Panische Angst vor Schleichangriffen, okay. Dann wissen wir ja jetzt schon, was wir machen. Gut, er kann mir jetzt hinterher, oder? Na gut, er bleibt da stehen. Er setzt sich bloß Wagen mehr hinterher zu renzen, sonst kriegt er eine Abmahnung. Gehen wir mal hier hoch. Wie können wir hier am besten vorgehen? Er ist direkt da unten, aber... Da sind noch zwei andere. Drei... Vier... Vier... Vier Leute. Die andere, die werden uns kaum sehen. Können wir die irgendwie ablenken? Da ist auch noch einer. Der sieht uns aber nicht, das ist gut. Wir haben keine Pfeile mehr. Wo sind hier Pfeile? Da drüben? Ja. Kann er jetzt mal sein Maul halten, bitte? Wo ist er, hä? Wo sind hier Pfeile? Ah, da. Warum haben wir eigentlich die ganze Zeit nur vier? Hatten wir denn mal mehr? Oh, schnell weg. Wir tun uns zu. Der weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Der gebe gerade hart auf die Eier, oder? Ich weiß nicht. Scheiße. jetzt ist einer was macht denn der hat er weiß nicht wo ich bin kann er klettern okay das schutz ist ja stimmt ja kann ich ihn jetzt beherrschen bitte jawohl sie müssen wohl kopf in der gruppe muss das und das scheiße zurückziehen so ach quatsch also dass das jetzt nicht gemacht oder einer ankloppe den anderen und tschüss was hast du gesagt so so jetzt haben wir den und der trottel trottel steht ja immer noch so wir haben ein karagor mal gucken was ist denn das hier wie sie wegrennen außenposten sat na ii sind loka nazi blablabla der giftige hervor indem du seine jäger tschüss belohnung blablabla ip ein sieg über den kommandort ist auszuposten deaktiviert und er sieht gefährlich aus der typ wollen wir es trotzdem machen ja los wir machen es wir probieren es einfach mal weiter steht er noch offen noch um ach du kacke zehn leute töten da vorne ist ein grau haben wir den angelockt oder was drei schleicht tötungen müssen wir machen meine fresse alles gebe gerade übelst auf die eier alter das ist der shit guck mal her ja guck mal hier ja stufe 17 können wir den beherrschen mal das ist wer zu geil ok müssen gucken da kommen wir noch was lockt das an wieder ein grau ne kagos ja ja war da mal noch mehr gut und man treffen oder Alle Leute bekämpfen, der bekämpft ihn nicht. Kriegsbande von Feinden Die Gefolgsleute einiger Hauptmänner tragen Kriegsbanner in die Schlacht. Kriegsbanner inspirieren Urks in der Nähe und sorgen dafür, dass Urks aggressiver angreifen. Zerstöre das Banner, um seinen Effekt zu beenden. Ah, die ist da! Das Problem ist, ich habe keine Pfeile. Wo ist das jetzt? Ah, da! Hier hoch, zack! Wo hat das jetzt? Ach, das war auf der anderen Seite, scheiße! Oh ja! Hier hoch, zack! Wo hat das jetzt? Ach, das war auf der anderen Seite, scheiße! Ja! Ja! Ah, kacke! Ich werde die bis ganz hoch schritten! Boah! Alter, guckt euch mal an, wie viele Bogenschützen da sind! Alter, ist das abgefuckt, Mann! Und, bam! Und, bam! Alter, das war nice! Scheiße, wir können nicht auf den Tropf springen! Da steht's ja mit der... Leichtes Ziel! Furcht vor Hinrichtung! Anleitet Scheiden durch Hinrichtung! Anfällig für Bestien! Anleitet Schaben durch Explosion! Der Typ an sich macht mir keine Sorgen! Und, das sind die ganzen Bogenschützen, die da daneben sind! Das ist ein bisschen blöd! Wir könnten ja... Ich weiß nicht, wie lange die Folge schon geht! Ein bisschen off-frame hier! Alter, wie viele die hier sind! Guck mal an! Ach, das ist scheiße! Ach, das sind viel zu viele! Der Drache, der... Der ist zu weit weg! Fuck! Ich könnte mir den Drachen ja... Dingsen! Ich probier's... Probieren wir's noch! Scheiß Trick! Alter, geh mir nicht auf die Eier, du blöde Wichser! Nee, nichts Verstärkung! Nee, nichts Verstärkung! Jetzt müssen wir hier ein bisschen... Ver Unruhe sorgen! Wir springen jetzt einfach auf den Torf! Aufgeschissen hier! Ah, toll! Alter, zieh dich das rein, ey! Kopf ab! Und tschüss! Alter, ist du gleich tot! Zack! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Ja, weiter! Ja, 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 ja! Jawoll! Oh, geil! Und zurückziehen! Nice! Alter, das ist ja episch! Schleisch-Tradio! Außenposten erobert! Wow! Oh! Wie war man da weg, ja? Der Drache! Oh! Oh! Wir haben wieder Drachen! Oh, der ist irgendwie verlangsamen, kann das sein? Also, wir müssen immer X immer wieder drücken! Wuuuuh! Geil! Also, wir müssen immer X immer wieder drücken! Wuuuuh! Geil! Von bald! Und wir sind wieder zurück! Und das werde nur zum nächsten Video sehen! Tschüüüüüüüüüüüüüüüüss! Untertitelung des ZDF, 2020